Du bist hier geboren, wächst hier auf. Dieser Dom ist die einzige Welt, die du kennst. Es gibt einen Ort am östlichen Kraterrand. Genau da. Dad, was meinst du damit? Du wirst es sehen. Versprich mir, dass du da rausgehst. Zu dem Krater. Was auch immer da draußen ist, dein Dad wollte, dass du es siehst. Keiner von uns war jemals draußen. Also, haben wir einen Deal? Heute Nacht geht's los. Hab gehört, sie ist seltsam. Wieso? Weil sie von der Erde ist. Und? Die sind voll schräg. Du bist voll schräg. Wer ist dafür? Gehen wir einen Rover klauen. Der Lockdown beginnt. Los geht's! In fünf, vier, drei, zwei, eins. Weißt du, was das Beste an Roadtrips ist? Du kannst zu neuen Ufern aufbrechen. Und los geht's. Am Ende des neunten Innings. Sie wirft den Ball. Auf der Erde ist der Himmel wirklich blau? Ja. Wow. Und das Wichtigste ist... Das ist eine schwachsinnige Idee. Los! Pass auf! Achtung! Es geht gar nicht nur darum, wohin du fährst. Meteoritenschauer! Edison! Lauf! Es geht darum, wie du da hinkommst. Darum, mit welchen Menschen du dich auf den Weg machst. Caleb? Was ist in dem Krater? Weiß ich nicht. Jetzt finden wir es wohl raus. Ihr geht vor. Am Ende des Wegs ist man nie dieselbe Person wie am Anfang. Das waren die zwei besten Tage meines Lebens. Das war's. Ich liebe es. Wenn die там Leute wie meine Leute und Leute angehen, die die Schnellgeber und Coatschством видим, Etwas in dem weiß, wer also, Es geht darum, wie delete. Du kannstaust bleiben und synenкам spüeln. Untertitelung des ZDF, 2020